Heute bei dem PDT-Fero MAD 1600. Vorher haben wir schon mal vorgestellt den MAD 500. Die Unterschiede zwischen den beiden Fahrzeugen ist eigentlich nur, dass wir mit dem MAD 1600 statt der 500 Watt haben. Und vor allen Dingen, der 500 hat nur 25 km pro Rad. Der 1600er soll jetzt 35 bringen, laut Straßenverkehrsordnung. Wieder 48 Volt, genau wie bei dem anderen auch. Fangen wir das Fahrzeug einfach mal an auszupacken. So, hier werden wir schon bestätigt. Wenn das nicht drin ist, habt ihr auch kein Original. Erster schöner Karton, machen wir auf, schauen wir rein. Die Spiegel bestätigt natürlich die ganze Geschichte wieder. Wir haben ein Fahrzeug mit Straßenzulassung. Wir werden die Sachen jetzt alle einfach mal rausräumen. Ich werde es hier vorne auf den Boden legen. Schön sortiert, damit wir sie nachher auch anbauen können. So, was haben wir dabei? Wir haben das Ansteiger dabei, ein hinteres Schutzblech, die Spiegel und die Taschen. Die restlichen Sachen werden sich, denke ich, noch im Inneren befinden. Wir klappen die ganze Geschichte jetzt einfach mal auf, um uns das Ganze zu ersparen. Die eine Seite auf, die andere Seite auf, zack. Und hier auch runtergeklappt. Nun werden wir das Styropor zum Teil entfernen, dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben das Ganze, soweit ich das erstmal gestript, die ganze Styropor-Kram alles abgebaut. Ihr seht ja, wie sehr das Fahrzeug in diesen Karton eingepackt war mit dem ganzen Styropor. Da könnte eigentlich fast sicher gehen, dass damit nichts passiert. Letzten Styropor-Reste ist hier oben vom Lenker. Nehmen wir ab. Brauchen wir nicht mehr. Hier hinten haben wir wieder was. Mal gucken, was es ist. Das ist dann der Tacho, den wir später brauchen. Und das andere scheint der Sitz zu sein. Hier hätte ich mir gewünscht, dass ein bisschen eingepackt wäre. Oh, der Sitz richtig schön weich gefedert. Und diesmal bei dem neueren Modell, die Lampe ist direkt schon eingebaut und verkabelt. Also hier können wir nichts verkehrt machen. So, die Lenksohle nehmen wir erstmal weg. Aber sicherlich irgendwie leicht zur Seite lehnen. Trittbrett können wir hochklappen und unter dem Trittbrett finden wir dann die Batterie. Und noch so ein kleines Täschchen. Schauen wir mal kurz rein. Ich denke, wie bei den anderen haben wir hier die Schlüssel. Ein bisschen Bordwerkzeug. Und die eine oder andere Schraube. Die wir wahrscheinlich nach und nach brauchen. So wie auch zum Beispiel eine kleine Flachsicherung. So, jetzt werden wir erstmal die Lenksäule montieren. Dazu heben wir die Lenksäule etwas an. Schieben die vorne in die Aufnahme rein. Nehmen den Bolzen, den wir vorher rausgezogen haben. Und schieben den durch. Es kann sein, dass ihr ein bisschen unter wackeln muss. Bis das ganze rein geht. So, durchgesteckt. Unterlegscheibe drauf. Den Sprengring drauf. Und die Mutter. Von der einen Seite nimmt dann ein Fünfer Imbus. Und von der anderen ein Dreizellner Maul oder Ringschlüssel. Der ist mal relativ stramm. Aber so stramm, dass ihr später noch die Lenksäule bewegen könnt. Na, das ist raus. So. Dann gehen wir hier vorne hin. Den Schnellverschluss. Drehen den noch ein bisschen zur Seite. Hier habt ihr nachher zum Reindrücken den Sprengverschluss. Wir klappen jetzt den Lenker hoch. Beziehungsweise die ganze Lenkersäule. Und lassen das erstmal einrasten. Dazu müsst ihr an der Seite wie gesagt den Klipper drücken. Und nun ein bisschen unter her arbeiten. Bis ihr das ganze drin habt. Die Schnellspannung haben wir jetzt hochgedreht. Jetzt drehen wir die ganze Geschichte schnell fest. Seht aus, dass ich das langsam runter drücke. Und nun am besten nach vorne hin fest runter drücken. Und das ganze auch richtig schön fest sitzt. Jetzt fahre ich das ganze System herunter. Dann klappt man den Lenker zusammen hoch. So. Da wollen wir eben schnell den Lenker ausrichten. Geht ganz einfach bei dem Gerät. Hochschieben. Zack. Das rassert hier. So wie auf der anderen Seite komplett ein. Dann stellen wir uns die Bremsen ein wie wir sie brauchen. Und ziehen die Schräubchen auch wieder fest. So. Und bei dem Fahrzeug kommt hier so ein orangener Zipfel raus. Das ist ein Steckverbinder. Und der passt eindeutig zu dem Tacho. Den wir gleich hier an der Seite befestigen werden. Heißt. Wir stecken das ganze Ding da drauf. Suchen uns natürlich die richtige Kerbung. Achten da drauf, dass das auch richtig zusammengesteckt ist. Dass später kein Wasser rein kommen kann. Lösen dann hier die Schraube. Und befestigen das hier. So. Tacho ist drauf. Folie ab. Damit man noch was sehen kann. Wir haben uns das richtig ausgerichtet. Damit man schön sehen kann. Schlüssel rein. Aber hier wird noch nichts funktionieren. Weil die Gabel noch nicht angeschlossen sind. Das machen wir jetzt als nächstes. Deckelchen hochklappen. Hier ist der Schacht für die Batterie. Die Batterie haben wir schon rausgeholt. Ist hier. Auch hier werdet ihr schön sehen. Filizifero. Und das Schöne bei der ganzen Geschichte ist schon. Die ist schon verkabelt. Heißt. Ihr müsst nicht weiter machen. Ihr könntet die eigentlich schon drin lassen. Reißverschluss wieder zu. Und jetzt habt ihr hier die Kabel. Die drückt ihr an die Seite raus. Genauso wie das Kabel hier auch. Und packt die Tasche einfach wieder rein. Der Akku ist wieder drin. Hier an der Seite haben wir das kleine Sicherungsfach. War vorher verschlossen. Macht ihr einfach auf. Habt dann die beigelegte Sicherung. Ist eine 40 Ampere Sicherung. Bitte keine kleinere rein machen. Und die stecken wir jetzt einfach hier vorne rein. Feste rein drücken. Und später das Ganze wieder verschließen. Das ist der Hauptstecker. Und der wird anschließend dann hier mit dem ganzen Stecker vom System vom Steuergerät angeschlossen. Kann eine kleine Funkenbildung geben. Keine Angst. Schaut einfach drauf. Rot-Schwarz. Sollte dann auch auf Rot-Schwarz sein. Einstecken. Das war der Funke den ich gerade gesagt hatte. Ist eine ganz normale Sache. Was nicht den Stromkreis schließt. Für die anderen Kabel die wir hier noch haben. Schwarz-Grün. Eine Dreierkombination. Und kleine andere Pinstecker. So wie hier auf der Seite. werden wir jetzt die zugehörigen Kabel finden. Wir lösen die Flügelmutter. So legen diese zur Seite. Und diesen fädeln wir von unten nach oben komplett durch. Setzen diesen mit den Aufnahmepunkten hier unten an. Und setzen dann die Flügelmuttern wieder drauf. Ein bisschen hin und her wackeln. Aber irgendwann geht es in die Führung. Wie gesagt. Schraubchen wieder drauf. Und anschließend gut festziehen. Jetzt geht es weiter. Wie gesagt. Stecker hatten wir angeschlossen gehabt. Danach hat man die Flügelmutter noch als festgedreht gehabt. Jetzt haben wir hier oben drunter die Hupe. Steckerverbindung schwarz-grün ist die einzige die passt. Ein bisschen fummeln. Dann kriegt man da noch rein. Vielleicht auch nicht. Darauf achten, dass es einrastet. Die anderen habe ich nachgeschaut. Wäre nicht angeschlossen. Das sind momentan freie Kabel. Das ist einmal das grüne-schwarze mit der Umhüllung. Und einmal blau-schwarz. Die könnte man zusammenstecken. Ich gehe davon aus, dass es vielleicht eine Drosselungsvariation ist. Der offene 3er Stecker ist dann später für das Rücklicht, wo wir jetzt zukommen. Das Kabel vom Rücklicht fädeln wir jetzt einfach einfach durch. Nun haben wir jetzt hier die Aufnahme. Die setzen wir dann auch wieder rein. Alles ein bisschen frickelig, vielleicht ein bisschen Fett drauf machen. Man kann es aber auch ohne machen. Hier ist drin. Ein bisschen hin und her wackeln. Halt so einstellen, wie es braucht zum Sitzen. Kebelking läuft durch. Und dann das ganze auch wieder hier mit dem Schnellspanner festziehen. Ein paar Mal rum. Und festziehen. Das Kabel hat dann hier schön durchgeführt. Kommt hier unten dann an der Seite wieder raus. Du solltest den freien Stecker. Rein stecken, fest. Ich würde euch empfehlen, das ganze jetzt hier schön an der Seite zu verstauen. Dann schön Kabelbinder drum machen. Und das ganze nicht so hin und her flattert. Und innerhalb der Säule hier. Und dann auch noch Kabelkanäle, die kann man zusammendrücken. Also kleine Metallbüte. Das ganze ist jetzt soweit geschafft. Wir gehen jetzt zur anderen Seite. Und dort werden wir das Schutzblech montieren. Was dann später wohl so aussehen wird. Macht sie. Die Muttern lösen wir. Hier hinten haben wir die passende Aufnahme. Jetzt wird es ein bisschen frickelig. Aber jetzt das Schutzblech drauf schieben. Das Räubchen durch die Löcher. Und dann von hinten mit den Muttern wieder kontern. Der Scooter ist jetzt aufgebaut. Gleich müssen wir noch die Spiegel dran machen und die Taschen. Zu allgemein Verständnis. Hier unten finden wir die Typenplakette vom Fahrzeug. Und auf der anderen Seite, wenn da rumkommt es, ist die Fahrgestellnummer eingetragen. Hier an der Seite. Der normale Stecker führt später für das Ladegerät. Heißt, Ladegerät anschließen. Hier hinten mit verbinden. Und dann ab in die Steckdose. Aufladen. 6 bis 8 Stunden. Dann ist auch der Koffer voll. So. Den linken Spiegel haben wir soweit schon mal drauf gedreht. Immer schön weiter drehen. So weiter geht es nicht mehr. Den richtet ihr aus. Hier unten. Die Mutter gegen drehen. Und mit dem 14er Schlüssel. Dann festziehen. Später stellt ihr euch den Spiegel so ein wie ihr braucht. Das machen wir jetzt auch noch auf der anderen Seite. Und dann sind wir ready. Und dann sind wir ready. Da hat er einmal vorne. So wie auch hinten. Natürlich auch mit Bremslicht. Unterschied zum 500er Modell. Wir haben keine Flashfunktion mehr. Sondern nur noch ein dauerhaftes Licht. Und wir können auch nicht mehr die Modis umschalten. Ob wir jetzt starkes oder helles Licht haben wollen. Hoch zum Tacho. Über die Powertaste einzuschalten. Nochmal. Dann geht auch ein bisschen Licht an. Wieder die Geschwindigkeit. Akkustandanzeige. Betrieb Akkuspannung. Kilometer Leistung. Und lass mal die Hupe hören. Krank. Krank wie immer. Und ab geht's. Krank. 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 Und dann zeig doch mal, was das Ding richtig drauf hat.